Frau Doktor Funke ist nicht da. Wirklich? Frau Doktor Funke? Hallo? Hören Sie, ich darf hier niemanden reinlassen, also verschwinden Sie. Sie stecken hinter den ganzen Anschlägen auf Frau Doktor Funke. Sie haben nur drauf gewartet, dass Sie das Haus verlässt, damit Sie in aller Ruhe an die Juwelen rankommen. Jetzt tun Sie nicht so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017